Wie geht die Geschichte weiter? Wie wird das Problem gelöst? Erzähle deine Ideen ebenfalls einem Partnerkind und lass dir Rückmeldung geben. Trage die Lösung ebenfalls in den Geschichtenplaner ein. Schreibe die Geschichte auf. Denke dabei an die Notizen aus dem Planer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020